Was ist Toriel? Toriel ist ein independent workspace für Journalisten. Das ist ein Portal für Medienjournalisten, das möglichst alle Aspekte der journalistischen Arbeit online abbilden soll. Was ist Toriel? Diesmal ist es eine Software, die entlang der Arbeitsprozesse eines heutigen Journalisten gebaut ist und mit deren Hilfe gebaut ist, die natürlich die Arbeit erleichtern soll und diese Auseinandersetzung mit Software wegnehmen soll, damit man sich leichter auf die Inhaltlichkeit fokussieren kann. Wir wollen sie nicht erziehen. Vieles, was wir wissen, haben wir ja in Zusammenarbeit mit den Journalisten entwickelt. Es sind nur natürlich diejenigen, die noch traditionell arbeiten und Texte und Bilder schreiben und das an die Redaktion liefern und die anderen, die längst in der Blogosphäre und in einem sozialen Netzwerk unterwegs sind, die wir natürlich gemeinsam bedienen wollen. Ja, das ist machbar. Wir haben Hilfe von den Journalisten selbst. Wir haben in unserem Team bei der Konzeption tatsächlich sowohl ganz moderne, hochaktive Blogger als auch die Journalisten aus klassischen Redaktionen, die uns bei der konzeptionellen Arbeit helfen. Jeder Journalist kann all sein Material auf Toriel hochladen. Er kann es dort vertagen, er kann es klassifizieren, er kann es archivieren, er kann es freigeben, er kann es als für eine Zweitverwertung zum Beispiel noch freigeben, er kann es aus unterschiedlichen Channels heraus, mit Handy oder auf dem Desktop kontrollieren und bearbeiten und das alles an einem Ort. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Untertitelung des ZDF, 2020